Ja, nachdem uns das Hoch Niklas am Donnerstag mit sommerlichen Temperaturen bis zu 25 Grad und viel Sonnenschein verwöhnte, wird auch der heutige Freitag richtig sonnig und bis zu 26 Grad werden erwartet. Und etwas windig wird es natürlich auch heute. Ja, dann am Wochenende kommt der Wetterumschwung. Das Tief aus Russland ist da verantwortlich und es wird richtig ungemütlich. Viel Regen wird erwartet und natürlich auch relativ viel Niederschlag. Das heißt, es wird teilweise auch Gewitter zu erwarten sein. Natürlich dann gibt es auch am Sonntag bis Montag noch einige Schauer. Bis Dienstag heilt das Wetter dann an. Doch dann sind die Temperaturen wieder wärmer. Aber so waren wir heute und gestern wird es nicht werden.